Sie finden keine glatte Fläche für den Saugfuß Ihrer KFZ-Halterung? Kein Problem. Mit dieser Saugfußbasis kaufen Sie sich eine echte Alternative zur Befestigung an der Windschutzscheibe. Die glatte Fixierfläche eignet sich auch für die Anbringung auf rauen, leicht gewölbten oder strukturierten Oberflächen. Die Befestigungshilfe ist im Nu angebracht. Ziehen Sie die Schutzfolie von der Unterseite ab und drücken Sie die Klebefläche an die gewünschte Stelle auf dem Armaturenbrett. Da sie komplett leimfrei ist, hinterlässt die Saugfußbasis keinerlei Rückstände. Sie können sie beliebig oft umpositionieren. Jetzt nur noch die Saugfußhalterung Ihres Handys oder Navis in die Basis einsetzen. Fertig. Diese selbsthaftende Basis gibt jedem Saugfußsystem den sicheren Halt. Probieren Sie es aus und bestellen Sie gleich jetzt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017